Lucie, helf mir mal, komm hier ja, komm mal hier und jetzt sag mal, guck mal hier, Lucie, hey hey wow, hey, ganz ruhig Bevor ihr wegschaltet, hört mir mal ganz kurz so Takokoa ist an sich ja mein Hauptkanal ja, also ich muss mal, ich fange einfach mal ganz von vorne an also bevor ich jetzt, das könnte jetzt ein bisschen länger werden also setzt euch hin, trinkt euch einen Kaffee, holt euch einen Tee, holt euch O-Saft die Tür geht magischerweise auf whatever hört mir mal bitte ganz kurz so, also ich versuche mich kurz und knapp zu halten ansonsten, ja, ist ja auch egal, also es geht darum, ich werde einen neuen Channel machen ja, warum werde ich einen neuen Channel machen, fragen sich jetzt wahrscheinlich viele und was ist mit den Projekten, die auf Takokoa sind also, warum ich einen neuen Channel mache, ist unter anderem ich habe 281 Abonnenten ja, habe ich und es geht darum, für 281 Abonnenten ich meine, der Kanal besteht seit 2010 ich habe seit 2010 ca. angefangen mit den Let's Plays zwischendurch waren es ziemlich viele Pausen was ein ziemlich, ziemlich großer Fehler war dass ich eine richtig, ich glaube über zwei Jahre gegen die Pause ja eine Pause gemacht habe und diese Pause war halt mehr oder weniger mal ein Verhängnis deswegen bin ich ziemlich weit, ja, bin ich stecken geblieben, so gesehen, ja und was mir halt nicht passt an diesem Channel ist ist zu einem die Resonanz also mir sind Abonnenten mehr oder weniger sogar egal was mir wichtig ist, ist die Resonanz sprich, die Wiedergabezeit die, äh, Daumen und was ganz wichtig ist auch für einen kleinen, vor allem für einen kleinen YouTuber ist die Resonanz also nicht die Resonanz also nicht die Resonanz der Feedback der Feedback, ja, also was man verbessern könnte in eurer Ansicht aus das ist eins der wichtigsten Bestandteile eines kleinen Kanals das wissen wahrscheinlich viele gar nicht weil viele gehen einfach nur Abo-für-Abo durch also Abo hier, Abo da, Abo... aber, ähm Abos ist nicht mal so das Wichtige sondern einfach die Aktivität der Community und die, ähm ja, die, ne das Unterstützen das macht viel aus ich meine, viele denken sich ja, Let's Play machen wir aus Spaß hier, da, bla, bla, bla ja, schon natürlich in erster Linie steht natürlich der Spaß aber wenn dieser Spaß und diese Arbeit, die man da reinsteckt in diesen Let's Play keine Resonanz bekommt also kein Feedback keine Resonanz nix in dieser Richtung kommt dann hat man an sich kein Bock mehr deswegen bitte ich euch wenn ihr jetzt mir folgt zu, ähm den neuen Kanal dann bitte ich euch dass ihr, ähm ne aktiver seid als sonst weil das ist das einzigste weswegen ich diesen neuen Kanal überhaupt mache weil wenn ich jetzt inaktive Abonnenten haben will die, äh mal drauf gucken und dann wieder weg gehen ja klar, wenn das Video scheiße ist dann gucke ich es auch nicht ja, aber dann könnte es man in einem Kommentar oder meinetwegen auch mal privaten Nachrichten für die Leute, die Kommentar schreiben nicht mögen oder so wir schreiben, was einem nicht gefällt hat weil das macht viel aus Kritik oder Feedback also dieses ganze Getriss das macht extrem viel aus also wenn ihr mir auf Nilo folgt dann, ähm versucht ein bisschen aktiver zu sein okay? das wäre auf jeden Fall ziemlich cool wenn das irgendwie machbar wäre wenn ihr mir folgt da werden auf jeden Fall mit den Let's Plays wird es da weiter gehen Vlogging wird dazu kommen und noch so allgemeiner Real Life Shared sag ich mal wird noch dazu kommen und ähm ja genau das ist das was ich sagen wollte hauptsächlich Takoko ist zwar ein Channel der mir sehr am Herzen liegt weil das wie gesagt der erste Channel war mit dem ich mehr oder weniger halt und berühmt sag ich nicht das ist so krass hergeholt also wo ich sag ich mir mal was kleines aufgebaut hatte das war so auch um die 2010 mein erstes Durchbruchprojekt damals für die Leute die es überhaupt nicht wissen war Alice Madness Returns da habe ich dann ungefähr die 100-150er Marke geknackt gehabt vor fünf Jahren jetzt schon ja und ähm dann hatte ich eine ziemlich lange Zeit Pause die Pause war um die zwei Jahre lang und seitdem habe ich es immer mal wieder versucht habe mal mehrere Kanäle aufgemacht also noch einen zweiten da sind mir um die 60 70 80 Leute gefolgt da war ich auch glaube ich bei knapp 200 Abonnenten vielleicht kurz da drunter ähm die sind mir auf jeden Fall gefolgt und dann habe ich nochmal einen neuen Kanal gemacht und da war mir wieder nur knapp die Hälfte dabei also das ich habe ziemlich viele Fehler gemacht und ich will jetzt ganz gerne und und weswegen jetzt auf Takokor in letzter Zeit überhaupt nichts kam das seht ihr auch alles auf dem Vlog von Lucy von Nilo weil da erkläre ich das nochmal so ein bisschen weswegen weswegen ich halt ähm mit Takokor aufgehört habe und warum da so eine richtig lange Pause nochmal zwischen weil ich glaube knapp zwei Monate ging jetzt oder warte mal ich kam zwei Videos hoch ich kann mal ganz kurz gucken also die letzte ja der letzte Minecraft Ballteil war halt um ähm vor zwei Monaten dann kam noch The Game und eine Runde Arena Brawl so so ein Snack sag ich mal ähm weswegen da nichts kam das erkläre ich alles in Nylos Vlog müsst ihr mal reinschauen für die Leute die es interessiert natürlich warum was los war weil das ist eigentlich was Privates mehr oder weniger aber ich will jetzt versuchen so ein bisschen zu zu ähm euch ein bisschen zu rüber zu bringen zu erklären warum ist sowas warum es dazu kam ja also da könnt ihr dann auch nochmal vorbeischauen für die die es interessiert da oder auf Nylos Vlog da steht das dann okay gut ich habe eine WhatsApp Nachricht bekommen ist das schön ich habe Freunde ja auf jeden Fall falls ihr Interesse habt dann schaut einfach mal da vorbei aber wie gesagt versucht dann weil Aktivität ist wichtiger als Abos an sich klar man freut sich wenn man ein Abo kriegt klar das sind meistens dann natürlich die 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 Videos mögen außer dass ein Hate dabei dann ist das was anderes aber wenn dann im Normalfall mögen sie die Videos und wollen natürlich denjenigen auch unterstützen aber mir bringt zum Beispiel kein Abo wenn ich ein Abo habe aber keiner die Videos guckt ja wisst ihr was ich meine also das bringt nichts ich meine ich habe zum Beispiel die Leute die ich abonniert habe die gucke ich auch eigentlich regelmäßig also es gibt es kaum Videos ja doch es gibt schon ein paar Projekte die ich so nicht mag ja so spiele dann ist es natürlich was anderes wenn man das Spiel nicht mag dann guckt man es nicht ist klar mach ich auch mach ich nicht anders aber an sich halt Aktivität ist halt ziemlich wichtig das wissen wahrscheinlich viele nicht weil wenn ich mir mal halt dieses Abo für Abo Getrisse angucke wofür frage ich mich ich meine was bringt euch ein Abonnent wenn dieser Abonnent nur eine Zahl ist der euren Kanal nicht weiterhilft hilft ja also ich bin da ziemlich offen bei den 281 Abonnenten die ich habe und bei den Videos die ich jetzt so in den letzten Tagen also ich sag mal in den letzten also hier wo ich angefangen habe mit Binding of Isaac und so als diese Videos kam da habe ich erst gesehen wie wenig Abonnenten ich eigentlich noch habe also vielleicht dadurch dass YouTube ja immer noch die inaktiven Kanäle löscht können sie ja nicht wirklich inaktiv sein ja also sprich die Kanäle existieren noch und sind ab und zu wahrscheinlich noch drin aber von den 281 habe ich gefühlte 10 würde ich schätzen 10 bis 15 aktive Aktivere sag ich mal hier auch aufs Video klicken vielleicht nicht gerade den Feedback da lassen der mir lieber wäre aber ne you know what I mean I think ja was ist mit dem Disneyland Projekt das Disneyland Projekt wird neu gemacht für die Leute die es interessiert das Disneyland Projekt wird neu gestartet komplett weil mir hat das erstens nicht gefallen dass das ein ziemlich schlechtes Mod Package dafür ist also ich sag nicht dass Hexe scheiße ist Hexe das macht so Adventure mäßig macht es bestimmt Spaß aber für so ein Bauprojekt das ist ein bisschen na nicht so prickelnd sag ich mal ne ja und deswegen bin ich jetzt auf einen anderen Mod Pack umgestiegen und will das dann nochmal da komplett neu machen bei äh dem Projekt der jetzt auf diesen Kanal lief von Disneyland der ist so äh wie soll ich sagen das war hinterher so da haben mich auch viele drauf aufmerksam gemacht was auch ziemlich cool war äh es war ein bisschen unsymmetrisch und zu breit gesetzt und so das mag ich überhaupt nicht ja wenn da irgendwas nicht passt dann krieg ich zu viel dann hab ich keinen Bock mehr da drauf deswegen will ich ähm das ganze nochmal neu machen und ein bisschen mehr auf die äh breiten Verhältnisse achten ja das ist also das Projekt gibt auf jeden Fall wieder ne also das hört nicht auf es geht nur wieder von vorne los so gesehen und ähm wahrscheinlich anders weil da jetzt bei dem neuen Mod Package halt auch ganz andere Steine sind und so also ich werde wahrscheinlich wieder was vorbereiten bevor es mit dem Projekt los geht und dann werde ich das ganze äh starten ja ansonsten gibt es dann noch Vlogging Vlogging wollte ich so oder so machen so wie auf Takokor so wie jetzt halt auf Nilo Takokor äh ja kam nie wirklich dazu wobei ich die jetzt die Leger 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 ja schon ziemlich lange habe die hab ich ja extra dafür geholt damals aber äh ja ne muss man nicht reden ja ja ich glaub mehr hab ich nicht zu sagen also wie gesagt falls ihr äh Interesse habt dann schaut einfach mal auf Nilo vorbei der Link wird hier überall irgendwo sein also verfehlen kann man ihn nicht und bis dahin ja sag ich vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe wir sehen uns dann da ja also rein tschu guck doch mal und durch diesen Buller Effekt hab ich voll den Eierkopf hehehehe